Ich denke, es wäre entweder klassische Musik, meistens Klavier, die im Hintergrund gespielt wird, oder Jazzmusik zum Beispiel, die sich ein bisschen dahin plättert. Und es sich das Leben vereinfachen, in einem Moment, der vielleicht etwas mühsam ist. Und das machen wir auch immer durch. Es gibt bei Benjamin Blümchen die rasende Reporterin, die immer mit einer Vespa herumfährt. Und ich habe mich eigentlich immer so gesehen, dass ich überall herumfahre und coole Interviews mache. Einfach auf der anderen Seite, also nicht, dass ich interviewt werde. Aber so ist es eigentlich auch ganz schön. Jetzt habe ich einfach das Velo und rase überall hin und mache vielleicht mal das Interview. Ja, aber das war so mein Traum, die rasende Reporterin von Benjamin Blümchen. Wir entwickeln eine App, in der die Menschen sehr einfach alle ihre Produkte in die App laden können. Aktuell sind das vor allem Elektroprodukte. Und dann, wenn sie ihr Produkt reparieren wollen, weiterverkaufen oder auch spenden, dann können sie das alles einfach über unsere App machen. Und so ermöglichen wir es, dass alle Elektroprodukte länger im Kreislauf bleiben. Vorher habe ich vor allem in der Medienbranche eher gearbeitet, beziehungsweise in der Werbebranche. Also ich war einerseits mal im redaktionellen Erinnern, habe Social Media gemacht und ein bisschen geschrieben. Und andererseits war ich in der Werbebranche eher im strategischen, also wie kann man ein Unternehmen weiterentwickeln. Und nebendan habe ich noch studiert, habe den HSG den Master gemacht in Business Innovation. Und das hat natürlich auch sehr gut gepasst, dann in eine Start-up zu gehen. Aber es war jetzt eigentlich nicht immer mein Traum, unbedingt eine Start-up zu haben. Es war mehr wirklich das Ziel, den nachhaltigen Konsum zu fördern, das mich zu Thingsy gebracht hat. Uns braucht die Welt, weil wir glauben, dass es jetzt die richtige Zeit ist, gegen die Wegwerfgesellschaft und hin zu einer Gesellschaft, in der die Produkte wieder mehr genutzt werden. Also meistens sagen die Leute ja, sie würden gerne etwas reparieren oder sie würden gerne das weitergeben, aber es ist einfach viel zu mühsam. Und wir möchten das genau den Menschen ermöglichen, die vielleicht viele Produkte haben und die wollen nachhaltig verwalten und das aber auf eine wirklich ganz einfache Art und Weise. In der Schweiz haben wir gewisse Konkurrenz, in denen man einfach, es gibt auch jetzt schon Apps in der Schweiz, wo du deine Garantiezettel zum Beispiel speichern kannst und so einen Überblick hast über all deine gekauften Produkte. Das gibt es bereits, aber die können dann keinen Aftersales zum Beispiel anbieten. Also die können nicht anbieten, dass du einfach eine Reparatur nutzen kannst oder so. Aber das ist sicher eine gewisse Konkurrenz, die wir sehen. Eine andere Konkurrenz sind Elektrofachhändler oder allgemein Fachhändler selber. Das heisst, sie können selber eigentlich in ihrer Welt anbieten, dass du zum Beispiel dein Produkt reparieren oder das Ersatzteil bestellen kannst. Aber das werden sie sicher zu einem gewissen Grad vielleicht machen. Aber eigentlich macht das nicht so viel Sinn, weil sonst müssten sie ja das alle einzeln machen. Und wir bieten eigentlich ein einfaches Produkt, das sie anbinden können und das sie nicht wieder selber entwickeln, sondern das sie einfach easy anschliessen können. Opfer von unserem Erfolg könnte sein, dass es Produkte sind, die sehr schlecht gebaut sind. Aber meistens ist es zum Beispiel auch einfach ein Gerät, das immer der gleiche Halter abkommt. Und wenn man das speichern könnte, es ist immer genau der gleiche Halter, der abkommt, dann könnte man dem Händler oder dem Hersteller dann auch sagen, es fällt immer der gleiche Halter ab, mach doch dort etwas. Also ich glaube, das könnte uns als Opfer sein. Eine Superkraft, die ich gerne hätte, ist, dass ich das ganze Wissen von der Welt in meinem Kopf drin hätte und mich auch merken könnte. Also ich lese ja sehr gerne, aber ich merke mir einfach Sachen viel zu wenig. Und ich würde das so gerne haben, dass ich einfach ein ganzes Geschichtsbuch in meinem Kopf drin speichern könnte und das ganze Wissen gerade bereit hätte.